Viel essen und trotzdem abnehmen. Hört sich nach einem Traum an, ist aber Realität, wenn man ein, zwei Sachen verstanden hat. Welche das sind, erfährst du noch im Intro. Ganz viele Leute haben dir im Kopf, wenn es ums Abnehmen geht, ich muss weniger essen. Allerdings ist das der komplett falsche Ansatz. So etwas wie FDH frisst die Hälfte, das wird nicht dauerhaft funktionieren, weil wenn du einfach nur weniger isst, dann wirst du zum einen Hunger bekommen und zum anderen wird dein Körper in einen Mangelzustand bekommen. Denn wenn du jetzt einen Bauch hast, dann wirst du dich wahrscheinlich nicht perfekt ernähren. Und wenn du jetzt einfach weniger von dem eh schon nicht Perfekten isst, dann wird dein Körper überall fehlen. Das heißt, er wird Mangelerscheinungen bekommen und dein Stoffwechsel läuft irgendwann langsamer. Das heißt, kurz erklärt, jeder Mensch hat ja einen gewissen Kalorienverbrauch. Sagen wir mal, bei dir ist der bei zweieinhalb Tausend Kalorien. So viel dürftest du am Tag essen, damit du genau dein Gewicht hältst, so wie es jetzt ist. Wenn du mehr isst, nimmst du zu, isst du weniger, nimmst du ab. So. Und wenn du jetzt in den Mangel kommst, dann überlegt sich natürlich der Körper, wie kann ich ein bisschen was einsparen? Weil ich will ja nicht sterben. Wenn du so viel brauchst und nur so viel isst, dann ist der Körper so, uuh, warte mal. Wenn das mehrere Jahre so geht, dann verhungere ich irgendwann. Dann bekomme ich ein Problem. Bedeutet, ich schaue frühzeitig, dass ich mir ein bisschen was einspare. Bedeutet, ich schaue, dass ich mich weniger bewege. Ich schaue, dass ich weniger Hitze produziere. Ich schaue, dass die Schilddrüse weniger arbeitet. Ich schaue, dass ich Muskeln loswerde. Ich schaue, dass der Bewegungsdrang weniger wird. Ich schaue auch, dass ich mehr Hungerhormone produziere, damit ich eher dazu angeregt werde, mehr zu essen, weil der Körper halt nicht verhungern will. Und wie du es jetzt schaffst, mit mehr Essen oder mit Minimum gleich viel Essen, wie du es aktuell tust, trotzdem abzunehmen, ist, indem du eine Sache verstehst, und das ist die Kaloriendichte. Ganz kurz erklärt, Dichte kennst du vielleicht von anderen Sachen. Wenn wir zum Beispiel zwei Kugeln haben. Wir haben eine Metallkugel und wir haben eine Styroporkugel. Dann sind die teilweise gleich groß, aber sie sind ganz unterschiedlich schwer. Und ähnlich ist es beim Essen. Unser Magen reagiert ja, Sättigung ist ja, wie viel habe ich im Magen, wie viel Volumen ist im Magen, wie stark dehnt er sich aus. Nicht wie viele Kalorien esse ich. Bedeutet, wenn wir zum Beispiel uns mal ansehen, 100 Gramm an Gemüse, ganz egal, ob das eine Paprika, ein Blumenkohl, eine Zucchini oder sonst was ist, hat so circa 20 Kalorien. Merke, 100 Gramm, 20 Kalorien. Wenn wir jetzt eine Kartoffel ansehen, das sind 100 Gramm schon bei 70 Kalorien, bedeutet das Dreifache davon. Wenn wir uns jetzt gekochte Nudeln ansehen, da sind wir schon eher bei 150 Kalorien, bedeutet das schon das Fünffache von hier drüben und auch das Doppelte von der Kartoffel. Dann können wir weitergehen, dass wir sagen, was haben wir jetzt, Gemüse, Kartoffeln, Nudeln, können wir das Ganze noch weiterspielen, dass wir sagen, Süßigkeiten, zum Beispiel eine Schokolade, die ist bei über 500 Kalorien. Das ist das Achtfache von der Kartoffel, das Dreieinhalbfache von den Nudeln, aber immer noch weniger wie Nüsse oder Öle. Die sind nämlich bei über 600 Kalorien pro 100 Gramm. Und das Gleiche gibt es auch in anderen Bereichen, zum Beispiel Fleisch. Wenn du dir ein Steak ansiehst, da haben 100 Gramm Steak bis zu circa 130 Kalorien. Wenn du jetzt aber auf den Grill dir 100 Gramm Wurst wirfst, da bist du nicht bei 130, sondern gleich mal irgendwo bei 260 oder 300, vielleicht sogar ein bisschen mehr Kalorien. Das heißt, du könntest über das Doppelte an Steak futtern, um die gleichen Kalorien zu bekommen wie bei der Wurst. Der Unterschied ist der, dein Magen ist halt deutlich voller. Bedeutet, es geht nicht darum, einfach weniger zu essen, es geht darum, mehr vom Richtigen zu essen. Und das Richtige ist, wie wir gesehen haben bei Nüsse und Schokolade, nicht immer nur das Gesündere. Weil ganz viele denken, ja, ich muss mich halt gesünder ernähren. Und gesunde Ernährung ist was Tolles, ganz klar, bin ich auf deiner Seite, aber nur weil du dich gesund ernährst, bedeutet das nicht direkt, dass du abnimmst. Du musst schauen, dass du kalorienreduziert isst, dann wirst du auch abnehmen. Und wenn du das dann noch gesund machst, umso besser. Lange Rede, ganz kurzer Sinn, es geht nicht darum, weniger zu essen, sondern halt, ja, prinzipiell solltest du nicht weniger essen, du solltest gleich viel essen, wie du es bisher tust. Du solltest satt werden, du solltest Sachen haben, die dir schmecken. Bedeutet, wir müssen gleichwertige Alternativen finden. Kleines Beispiel, du sagst, ein Brot. Oder bei Beilagen hatten wir Kartoffeln oder Nudeln. Du kannst zweieinhalbmal so viel Kartoffeln futtern wie Nudeln. Ist so, ja geil, dann futter ich halt eher das. Oder wenn wir uns ein Brot ansehen, du da Butter drauf machst oder ein Frischkäse. Und du weißt aber, der Frischkäse hat einfach nur ein Viertel der Kalorien. Ist so, ja gut, dann nehme ich lieber den Frischkäse, weil dann habe ich hinten raus mehr Kalorien, wo ich mir vielleicht dann mal eine Süßigkeit gönnen kann. Das gleiche ist bei der Wurst, ob du da eine Salami oder einen Schinken nimmst. Das ist ein Weltenunterschied. Und dann kannst du dir hinten raus vielleicht mal ein Bierchen gönnen, wo du sagst, oh, und jetzt macht Abnehmen plötzlich Spaß. Und das ist auch der Grund, wieso unsere Kunden so happy sind, wieso die nicht hungern, wieso die dauerhafte Ergebnisse haben. Weil die Spaß an ihrem Essen haben, weil die nicht hungern, weil die nicht dieses haben, boah, ich verzichte und ich habe so super viel Aufwand damit. Sondern es leicht von der Hand geht, weil sie wissen, auf was sie wirklich achten müssen. Weil sie Sachen haben, die ihnen schmecken, sie aber trotzdem Kalorien sparen. Und wenn du das für dich auch mal haben willst, weil jeder ernährt sich ein bisschen anders. Wenn du mal eine klare Analyse haben willst, was man bei dir umsetzen sollte, damit du vorankommst, dann kannst du einfach mal über den Link unterhalb von dieser Episode dich für eine kostenlose Beratung eintragen. Und sonst, wenn dir das Video gefallen hat, gerne mal einen Daumen hoch geben. Und dann wünsche ich einen super schönen Tag, dein Simon. Tschüss, ciao. Tschüss, ciao.